Nein, hab ich nicht. Ich hab jetzt aber gestartet. Jetzt starte einfach. Hallo und herzlich willkommen. Du hast zu der 5. Folge. Naja. Professionell ja alles. War nur nur ein Joke. Du kennst mich doch. So. Die Platon habe ich gebaut. Wie findet ihr die? Bleibt in die Kommentare. Wir müssen eine schlechte Nachrichtheit überbringen. Und zwar hat er seinen Buggy verloren auf dem Weg hier. Ja. Und wir behalten uns jetzt... Nein, als mein Internetausfall ist irgendwie weggepackt. Und das lögt uns jetzt aber nicht wirklich, denn wir werden gleich losfliegen. Aber wir bereiten uns kurz noch vor, während er sich Alten holt, die er zu tragen hat. Was? Keine Ahnung, hol dir irgendwas. Ich weiß nicht was. Was brauchen wir denn dort? Und ich verpacke... Sollen wir so Windtubinen mitnehmen? Nein, nicht auf dem zweiten Punkt. Aber das ist Spaß. Ja. Kupfer und Glas. Haben wir... Ich will... Kupfer habe ich hier geschmolzen, eins. Kupfer hier ist eins. Und Glas brauche ich noch. Haben wir noch... Ähm... Ähm... Glas kann man als Centrifuge, glaube ich, erstellen. Äh... Ich glaube ich, ich weiß es. Äh... Ich habe auch nicht mehr wirklich viel. Äh... So... Nein, ich will das machen am Fernseher. Oh, sogar... Oh, zwei Quart sogar. Ich hast doch gesagt, ich habe nicht mehr viel. Hier ist schon Glas, ne? Was? Hier ist Glas. Mh... 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 Hallo hier, wir... Bereite dich... Bereite dich vor und nimm irgendwas mit. Mh... Ich weiß nicht was. Was hast du ihm schon mitgenommen? Ähm... Ich habe Sauerstofftanks, eine Leuchte, die Erdlinge... Ja, Leuchte und so. Ich habe... Warte, die kleine Windturbine kann ich weglegen. Wenn ich halt einfach Batterien mit oder nicht? Batterien haben wir genug. Wir brauchen... Ach stimmt. Ja, ne. Außerdem kann man da... Ja, warte, soll ich hier einen Strom... Soll ich hier einen Kohlenstoff... Wir wollen das Projekt schön spielen. Das bedeutet... Äh, pack nicht einfach irgendwas, was wir hier haben ein. Sondern, äh... Baust nochmal. Ach so. Und deswegen sollst du nicht zu viel Zeit verschwenden da rein. Ach so, also was soll ich jetzt mitnehmen? Hm? Zum Beispiel, was soll ich zum Beispiel... Oh, hier ist Glas. Habe ich doch gesagt? Ja, ich weiß, es hat mich aufgepasst. Ähm... Was soll ich denn jetzt mitnehmen? Batterien. Macht dir Sauerstofftanks. Brauche ich nicht. So. Wir... Nies so... Ja, das... Also was soll ich denn jetzt nicht mitnehmen? Ähm... So... So mittelgroße Tisch oder so, soll ich halt nicht mitnehmen, ne? Am besten würde ich sagen, ich nehme einfach Harz mit. Äh... Harz? Ja, Harz finden wir doch schnell. Äh... Ja, aber einfach schon, dass wir dann direkt da Plattform machen können. Wieso kann man Arbeitslicht in kleinen Puckern machen? Ja, guck mal, wenn ich nicht mehr weiß, was ich mitnehmen soll, dann kann ich auch einfach Harz mitnehmen. Ja, von mir aus so, aber... Ja, dann sag mir was Besseres. Mach ruhig. Mach ruhig. Ne, ne, Zink haben wir da auch. Nimm Keramik mit! Keramik und Kupfer. Keramik brauchen wir auch nicht. Aber das kann man ja glaube ich nicht finden. Kupfer kann man nicht. Äh, Keramik kann man erst ins Erzentifuge machen. Ah, ja, stimmt. Kupfer, ähm... Äh, dann nimm Armonium mit, das ist ein Schwert zu machen. Und hier, nimm das hier mit. Ja, okay. Ich glaube aber, Armonium gibt's auf jeden Fall an denen sogar. Ne, wir brauchen... So, äh, was ist das hier? Äh, kleine Solarmodul. Ah, Solarmodul. Dann lass mich hier noch einmal ganz kurz bisschen Harz machen. Wenn ich dann keinen Platz dafür, dann... Leg' ich sag. Amonium hast du gesagt... Ne, dann nimm ich nur Amonium mit. Ne, wo sowieso am Monium brauchen wir auch nicht? Ne, wo sowieso am Monium braw mir auch nicht? Ne, das ist eine Amonium, ne mit mit. Aber schon nur noch Amonium. Hier, jetzt zwei Amonium. Ja, kein Amonium. Ja, das reicht. Ähm... Was? Ehem... Leben gab es da glaub' ich... Ich weiß es nicht. Ne, ne, es ist Keramik, hat erzeltet die Brugier auch... Muss ich das noch sagen. Ja, fff, keine Ahnung, du guck mich nicht, was du sagst. der Sächer ja eigentlich müssen noch ein bisschen Keramik mitnehmen kann man ja doch nicht quästen Quästen was denn äh ich war noch ein kleineres äh Energie-Ding ne äh ist das äh schlau ist vergiss es nicht äh öffnet man dann Inventar und weht unten irgendwas aus wo dann so ein Hartz oder so reingezogen wird hab ich auch hab ich gerade äh na klar von wem machst du den Trick so hier ich nehme Scheiß-Kleine-Datform mit Scheiß-Kleine ich weiß ja ausleihen hier ist noch ein Ammonium äh ich bin ready zum Gorn okay ich glaube und los ah wir können ein Leuchtfeuer mitnehmen okay gut ich bin der Asserster aus dem Auto die Kuh äh stopp komm noch mal ja komm noch mehr stopp komm noch mehr warte mal was soll ich mal kurz zeigen was auf dem Drücken hast ich hab einen Sauerstoff da genau also alles gut ach so genau äh nimm den hier mit leg Harz da ja der mein Harz warum hast du keinen Sauerstoff da eigentlich neben dir brauch ich nicht kostet der Harz oder Gemisch hm kostet der Harz oder Gemisch wer Sauerstofftank keine Ahnung ja lass einfach losgehen der kostet Glas was äh noch schlimmer äh in den Orbit schießen drei zwei eins ja ja oh mein Gott ich bin so schweißig geil ja ich bin der erste Mann im Mond im Mond ähm und wir gehen zu den zu den warte warte ganz kurz nach dem Solo ähm das Ding ist V die Solo ne oh nein ich hab's verkackt was denn nix nix nein also ich bin jetzt nicht auf einem anderen Planeten geflogen ach so äh das ist ja eh im Base direkt ein Hippie dran nicht gehen ne ja ok dann sind wir ja gleich wo du bist äh ich mein so ein Solarstreu Ding äh ich hab jetzt auch gar keine Ahnung gehabt wie das hier funktioniert ich seh den Mond ah hier oh was ist das denn für ne lila ne Kuppel also diese äh dieser Krater sieht aus wie immer als wenn die dort waren ne ja das sind das sind genau die gleichen Maps wie in den Videoaufnahmen genau ja das scheiß die eigentliche Folge geht echt lang da ist auch noch so scheiß halb im Berg drin ähm geil weil man nicht auf der Energie maximale Energie wollen wir den Sauerstoffgerater auf eine Plattform stellen dann haben wir ja gleich gleich ja ja dann können wir anschließen hier ja da ist die nicht ähm so hast du kleinen Drucker mitgenommen nein hab ich doch gesagt hier scheiß Planeten-Ding ja das okay dann ist alles gut okay ja das ist nur gemischt äh da bin ich sogar vorbeigelaufen wieso hab ich das nicht mitgenommen äh ich glaub ich hab nichts äh ich glaub ich hab nichts stopp sortieren so und dann machen wir dir eine mittelgroße Platz hey ne 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 eh ... mittelgroßen Drucker mittelgroßen Drucker okay ich werde es übrigens hexe nehmen wir Kassel das war Rademaßens Feto-Mongo Hallo? Gemisch Ja, das tut mir gerade Nebenbei dahinten ist Ammonium Vielleicht mit Ammonium mitgenommen Kann man nie genug vernommen Doch Ich hätte mehr Harz mitnehmen können Nö, auch nicht Ich sehe hier keins Äh, ich, achso Ja, das ist einseitig Cheese and Macaroni oder so Wie das heißt auf Englisch Mac and Cheese Cheese and Macaroni Äh, ist das irgendwo gemischt? Ja, ich brauche aber besser Ah, ist das Sauerstoff-Tank Wer echt klug ist Ja, da habe ich dir 30 Mal empfohlen Ich habe zwei Stück Das ist doch Harz Hm Ah Ist ein Mix-Max Äh, oder jetzt die Mezzo-Mix Denn Maulich will keine Mezzo-Mix Will Cola-Cola Ja Ah 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 Da guckt er, sie wollte ich doch die mittelgroße Plattform kurz Ja, so, wir haben noch nie, aber Was selbst hast du in diesem Fall, ja, aber wollte sie mittelgroßen Drucker hin tun Ja, aber da ist sogar Solarmodul und das ist, als es nachs Pro Ja, ich weiß, es hat sich nicht Ja, aber man arbeitet es nicht Ja, weil wir keinen Strom haben Ja, stell doch das Ding einfach dahin Ja, das wäre vielleicht eine Idee gewesen Ja, wir wollen jetzt warten, bis Sonny kommt Ja, 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 haha Ja, ja, haha Aber das ist doch gerade Sonne Ja, und wie willst du jetzt mit Strom betreiben? Ja, komm, das geht easy Machst einfach die Batterie ab Ja, ja, das Solarmodul, nein, das Solarmodul ist ja an Mach erst mal eine Plattform, eine bis bloße Platz von B, lass mich, ich hab Harz Ja Nein, keine Batterie Wie er so guckt, er so Hä, Freund, das sind doch 16 Batterien Du lost Ja, 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 ich schätze auch, wer noch ein bisschen warten soll Genau wie, wie damals, als mir einer von euch nicht, äh, gesagt hat sofort Äh, dass ich, äh, Kies mit, äh, Silk-Touch abbaue und, äh, auf Kies gehofft habe Ja, gar nicht über nachgedacht Gar nicht Ich hab gar nichts gemackt Ja, ja, schön ordentlich Das Ding ist, diesen Planeten machen wir ganz schnell Zack, 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 tot Ey, Batterie ist leer Ja, lang genug Dein Ernst Na, mich wütend Wenn's das Ding an ihr, hat die Rakete eigentlich mittlerweile einen Anschluss? Nö, warum soll die einen Anschluss haben? Konnte man nochmal mit der Fliegen, oder warum ist der... Ja, warum ist die noch nicht kaputt? Kannst zweimal fliegen Hm Weißt, wir brauchen gar kein Ammonium hier, ne? Wir brauchen gar nichts saniert Ja, aber warum haben wir hier Ammonium mitgenommen? Ja, mit dem Sonn Mann, was sollst du denn so lang? Du, du bist der schönen Typ Mann, das Dann mach' erstmal die Bacillin hin, dann mach' ich noch ne Plattform Ah, ich ja schon, du hast sie ausgepackt Erstmal hier Erstmal eine Stromplattform Erstmal alle Module drauf und dann die Ja, mach' ich auch bitte hier erweitern Oh mein Gott, guck mal Die Module arbeiten nicht mehr Obwohl dir liegt, die Sonne drauf knallt Wollt ihr verarschen, Scam Doch, die funktioniert auch, wir kriegen noch Strom, bis heute Jetzt Ah, es verpackt die Anzeige Ah, keine Bacillin, das ist gern wie im Video Bei mir hat's funktioniert Hm, dann bist du auch der Hust Ja, der nie Wie in dem Video Was ich auch geladen hab Musst du auch lachen, also, äh Weil, weil das stimmt auch, äh, weil da stand blind Stimmt, das hätte ich auch noch machen sollen Scheiße Du hast auch gar keinen Zug geladen, dachte Doch Wie gerade eben, oder? Nach? Äh, nein Schon gestern Oh, ich sterbe Mh, bauen wir hier rum und bauen dann so eine Rampe an das Ding dran Haben wir hier letztlich, ja Aber ich würd die Sachen unten stehen lassen Ja, ja, ich will so eine, so eine, äh Einfach so eine Rampe zum Aussehen Dann machen wir die Sauerstoffgenerator an, damit ich auch eine Plattform Luft bekomme Ja, ja Guck mal, das darf ich für dich nochmal Stell mal, warte, gib mal das Ding an Ja, einfach so, das genau Jetzt ist das Ding zwar absolut verschwendet gewesen Ja, aber es ist gut Ah, ne, nur der Schrober, das tut Das sieht schöner aus mit der einen Plattform Ja Oh, das ist so sexy Und da geht mir einer ab Okay, EF Dann, äh Warte mal, was nochmal für eine RCC-Fugel Du hast nicht mehr tanken, oder? Hä? Was ist denn ein Tank? Ja, doch Äh, äh, äh Kanister Hab ich mitgenommen Äh, hier oben ist Zink, ne? Ja, ja Das kann an der Oberfläche wachsen Ich weiß, das passiert auch auf dem Planeten Das weiß ich doch Noch auf den Bergen Auch in Real Life Hallo, Roku Ich finde es super toll, dass du zu allmätig gehst und auch zu Männern und sagst, dass der liebe Katrin das bei mir hat Bitte mach das weiter, ich mach das um jede... Danke Weißt du, ist das, äh, 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 kann man das zeigen in dem Video, was du gerade abspielst? Was ist? Kann man das zeigen in dem Video, äh, in dem Video, was du gerade abspielst? Ja, warum nicht? Ja, weißt du schon Also, da geht's, äh, ich, äh, ich mache immer so aus Spaß, äh, bei Elijah Weil wenn den so Mädchen da gucken, äh, Jungen, äh, äh, manchmal gucken die den gar nicht an und sag ich so Ey, tut mir leid, der hat eine Freundin Dann sag ich mir, hey, ich will doch gar nichts von dem Sag ich, ja, ist ja nicht schlimm So, dann werden die richtig Wüten erscheinen, die Oh, nun, wer bist du? Dann wollen die einfach gefühlt gegen mich kämpfen Sag ich, die immer zu denen, der ist, die sich aus wie Kajou Oh, fuck, krass gemacht Ja, kann zu machen, ich wollte, äh, ich wollte kurz weggehen Ich, ich mache noch eine Plattform Weiß ich, sie haben ja eine Plattform mit dem Überschuss Ich mache danach noch eine Plattform Ich habe noch mehr Hass Hm Weil, da will ich einfach mal eine Verbindung nachterlegen Ah, hier gab's Wolfsraum Nee, ich suche ja Gemisch Ja Ich will jetzt aber kein Gemisch in dem Gebiet Oh, es gibt wohl noch Leben Es gibt überall Leben, glaube ich auch, aber es gibt eh Wolfsraum Generator Schwarz Äh, wie heißt es? Erzente Fuma Was für Erzente Fuma? Erzente Fuma Erzente Fuma Erzente Fuma Ja, ich weiß Erzente Fuma Ja, ich glaube, ich glaube, alle Dinge, die du in der Erzente Fuma herrschst, sind auf jedem Planeten Begeben Also Vorhanden Ja, 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 ha Ha, ha, ja, he's back Big Mac, oh, yo Big Mac oder Flick Flack Und du ein Flick Flack Ha, ha I don't care Hm, ich leg mal eine Verbindung in die Mitte Das ist ja cool Wie mache ich das? Das sollte ich's Weißt du, wie Melix sagen würde? Ich vermisse es langsam Das ist smart Ja, das Trimax, wie man sagt Wie macht man das? Na, achso, ja, stimmt Ja, doch, stimmt Scheiß Trimax-Kopie Bauernjunge Hier, guck, also eigentlich, wie ich sagen, was einmal so Hier, alt So, und dann was So Achso, dass man da so noch hochspringen muss? Nee, nee, halt noch höher, aber Ich weiß ja, keine Ahnung Wie hast du das bei der Rampe da gemacht? Da, so wahrscheinlich, so? Oder so? Nee Aber nicht so, nicht so steil Oh, geiler Weg Wir können ein theoretisch gerade eine Plattform B hier Einfach hier hinten mit einer Hier Ja, das geht doch Es geht nicht Das ist ein starker Merkwürdiger Weg Okay Also hier hat es ja fast schon mal geschafft Ja, aber das ist ja schon noch eine Plattform Ja, ja, das ist gut Weil ich will noch ein Harz Oh, warte mal, hier sogar meine Bonanpassung zu schwach Ah, warte, ich habe noch eine Nee, 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 zweite bringt mir noch nichts Nur eine stärkere Ach, hast du eine? Ich habe selber eine, ja, ja, aber die ist zu schwach Wie? Oh, man kann, die ist zu schwach Hier ist schon zu hart Das ist gestein Ach, das hier? Man braucht auch noch eine Plattform Stufe 2 Ja, ja, also ich würde schon sagen, dass es etwas zu stark ist oder nicht Viel Stoff zu haben, oder? Hat sie richtig gebracht? Boah, ein paar Zugstube eigentlich Ah, hier, hier, das Gelbe, das Gelbe meine ich Hier Ja, das Gelbe ist eindeutig stärker, das hat man am Geräusch Das Gelbe unten Hier, das Tier Ich wollte es dir nur mal zeigen Danke Hier sieht alles natürlich aus Ja, ist fertig Ah, 6, 6, 6, in die Plattform weg In die Plattform weg Die Plattform weg 6 Ja, noch eine Also ich will noch ein bisschen hart, wir brauchen noch eine Spaß Also langsam reicht, oder? Sicher? Was willst du denn alles machen? Nichts Hier Schmelzorfen RZ-Zifuge Chemielabor Atmosphärenkondensator Oh Und nochmal einen großen Druckkondensator Das passt Äh, wenn es hier geht, ja Äh, ne, ich meinte eher Atmosphärenkondensator Äh, so wie im Video Was auch immer das ist, dieses Atmosphäre Ja, wir wissen gar nicht, wie das geht Lass kurz gucken Haben wir schon Ah gut, dann ist ja Heитель Äh, ah jetzt weiß ich was, fehhe, ich wusste doch irgendwas, fehlen Ich war schon mal frei Fuck, jetzt habe ich, ah, jetzt Eistex, Eistex, Eistex jetzt haben wir einen Fehler gemacht Nein, haben wir nicht er wie er er soll sich die großen Plattform der alle verbinden ich mache noch mal die Plattformen und zwar haben wir vergessen große Plattform 1 bauen für die Ersachen der Forschung da haben wir schon Atmosphären Kondensat haben wir noch nicht erlernt kann man hier Eisen finden kann man hier Eisen finden äh weiß ich nicht aber du kannst auf jeden Fall Chemielabor aber bringt nichts du kannst hier die Erfolgsplattform die Hakenbillen bauen und dann machen wir hier so einen Elektro-Laden also ich oder hier vorne so ganz viele Elektro-Kisten was er kaufen die Handys noch? Ne PCs warte mal ich glaube hier kann man die machen FCUs nicht okay wie was tatsächlich Button Scam was denn das kostet ja drei Sachen so eine Forschungscammer was ja ich sag zu zeige mich du kannst aber zeige mich auf ne Harz du Harzer kann man äh die Kisten hier hinten irgendwie tragen dann hab ich ne gute Idee wie machen wir das jetzt? ah gut glaube ich übrigens da hab ich ne krasse Idee so äh ja ja das ist klar bestimmt ja ja das klappt ich hab ja auch das klappt er hat das ich hab das mal bei der Niederlande Plattform das ist eine Plattform die A weil dieses komische Kontrolle was in die Säuse ist mal dann habe ich das mal neu der karl mal sich das hin platzieren so kostet ich jetzt mache auch wie smart ich bin es kann zu schön aufräumen irgendwo stecke ich es jetzt ein ich bin so richtig bmw habe ich nicht verstanden auf der anderen seite wo ich nachher verstehst du smart ist eine automarke ja hier hinten wollen es nicht smarties und ja es wird doch achten 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 ich habe wo auch nicht wie spannend ja die geste und jetzt geht es weiter da hinten ist noch eine ja du dran sag später auf wir können es ja eigentlich so lassen ich habe mich den trip es ist ja eh eine verkorkste welt nee der mond ist meine lieblingswelt ähm wer denkt dir von den ganzen coolen welten ja mann der mond das ist es ja aber die kannst du schnell empfangen dann kannst du eine riesige base draus machen und die könnte die ganze erde umfassen den ganzen mond den ganzen mond ähm was für einen mond äh schmelzofen erzentrifuge was gab es noch mach mal erstmal erzentrifuge damit ihr äh wie schnell ging das auf hm okay äh 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 ne brauchen wir ich glaube wir brauchen zu viel ja wir kriegen eh nicht so viel strom dann äh hast du noch hart nö 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 welcher platte und wir hergestellt haben da war dann ruhig verzahlt so heppern äh irgendwo wie an die zahl hab ich ne batterie verloren aber auch der Weg eine Wasserzeichen der Welt Nene ich hatte ja mein Bruder er die Forschungserfahrung nicht platziert ja ich weiß ich mache doch gerade die Plattform nein du hast sie nicht doch ich habe schon aber keine Plattform aber eine Forschungskammer Let's go ey lass doch machen solange du noch nicht Freddy bist lass Junge das ist gemein naja weißt du hast dasselbe Spiel kann ich auch machen warum ey wie unfair ist das denn das baut ja weiter komm mir vorhin jetzt ist abgefallen lass die Scheiße doch einfach er legt es auch hin so lang meine Wüte schlechter Rassist Digga du bist der Dreckskodex Brecher okay was redet ich hasse den Plattform ja aber die sind einfach als ob man es daran machen kann woran ne geht ja nicht hier wir kommen von der Alien Ding Versorgung du Wichser soll ich dich anschießen ey guck mal Salam Molase-Dule bin ich angeschlossen ja stell das auf die Drecksplattform hab ich ja Molase-Dule wie mach ich denn das Salam Molase-Dule weil ich sich Buchstaben für drei Jahre ach hier hinten machst du wird das ist gerade ich kann ich stecke es nicht auch bitte nicht na einmal kurz so weit ich bin Eidia und erweilte der Monat als er will nach so stark als er auch nach so ein Teil ist also hat so ich möchte alle drei Plattformen ach so das ist ja macht es doch wenn wenn tut es macht man kann zu einem Sack lecken immer ihr könnt die Partei rein das wäre ja ein bisschen übertrieben Wer dachte ich auch wenn man die aktiviert dass man Luft aus den Dingern bekommt Glaubst du? Hast du ein Video gesehen? Dachte ich Äh, früher ein Video Oder hast du mich eingebildet? Ach nee Die saugen ja Äh Habt ihr jetzt überhaupt gehört? Ach so, das ist ja normal, das ist die Saugen Oh, weee, klasse Okay, diesmal schaffe ich es auch so ein Ding Scheiße, scheiße, scheiße Geh weg, Junge Nein, auch wie unfair Was ist das für eine Scheiße Ich bin so gut Nein, scheiße Hier Nein, nein, nichts Ich muss mir mich vom Rassisten anhören Der Plattform nach ihrer Schwangerschaft beurteilt Tu jetzt nicht so was, als ich wissen, was ich meine Hast du die Erzende, die Vogel hergestellt? Hm Da ich dann, dass wir dann einfach gemisch und so herstellen können Und aus welchem Grund machst du das nicht? Ja, wir haben sogar den Bergzimmer abbauen, das wäre ziemlich praktisch Und warum machst du das nicht? Ja, den Grund habe ich noch nicht gefunden, aber ähm Noch nicht Was braucht man? Der ist das hier, zwei Gemisch Boah, Degar Das seins So nur einer Nein Ach, machen wir noch in Aluminium Ja, ja, okay Weiß, was gibt Na genau, oder du Was neidens für ein Auge? Da sind es ein Auge Wenn du, wenn du zu, komm mal zurück Da, dieses Auge von hier aus Da hinten hinguckst Ich muss Auge rein, also So, so kennst du und zwei, ja Woher soll ich das? Woher soll ich das wissen? Sorry Das ist ziemlich viel Alter, das ist hier Das ist so viel Was ist das hier auch für Missgebäude, dass sie alle zusammenwachsen? Ach, Alter Hey, auf bitte Ich weiß, wir haben das vorher nie miteinander gemacht, äh, in dem Video Und dann hat es dieser Typ namens Meelig die ganze Zeit in der Base gemacht So ein Spaß Fäck dich, Meelig, falls du das siehst Äh, den wir, äh, von dem Video Dem Video gesehen haben Ja, ja Jetzt ist es dumm, Leute Ja, 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 ja Manche sagen, dass wir fake, dass wir dieses Video angeguckt haben Und dass wir Spree schon mal gespielt haben An die muss ich einfach sagen, ihr Apple-Red-Fans nervt nicht Ja, Mann, Alter, er folgt halt Seit solch ein Sohn hat sich die Lieder mir so einfach Wer mehr gehört, officially gay No front, dein Ernst Wahns, wie schnackt bin ich Ich hab' in meiner Rote 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 umgeworfen Komm mal drauf Oder hab' ich in den Drucker umgedrehten Ich hab' zwei Nachrichten von Elijah Für, für, für die YouTube-Kommentare Und der hat ihn gefällt, wie er, aber bitte löscht euch Deinstalliert euer Leben Ey, guck mal Und nicht nur das Desktop-Icon Guck mal, wenn du hier drauf gehst, dann kannst du Sachen auf der zweiten Plattform bauen Wie, seh, geh mal weg, lass mich mal gucken Geh mal weg, lass mich gucken Astropädie öffnen Warte Auf was denn? Drück auf den scheiß kleinen Drücker Drücker Ja, F Guck jetzt Er ist auf der Plattform Ach so Also, cool Ey, ich kann hier auch irgendeinen Recycle oder sowas anmachen Weiß es nicht Nervlich nicht Nervlich nicht Und das ist fertig Er wussten die andere große Plattform A Oh, das war keine gute Idee Wurden die andere große Plattform A Hä, bist du behindert da? Das ist B Ach so, nee Ach so, nee Äh, doch, doch Er wusste andere, der kann es kennen denken Na, hab ich Ja, hab ich Da hab ich Da hab ich Also, wir können es wie im Video machen einfach den Ey, Mann! Hau auf in der Scheiße Ich, ich bin tot Kannst du? Nein, deutlich tot Ah, okay, ich lebe wieder Ich war's nicht in den Stühlen gekommen Ich geh mal in den Stühle Na jetzt mal eine Erzertrifuge Nein Nein, nicht noch Nehmen wir es aber zuerst ein Schmelzofen machen, ne? Mh Mh Äh, hallo Ah, du machst ja schon ein Du bist ein kranker Typ Dann hilf mich mal Hm? Äh, wir brauchen ein Laterit Für was? Ach so Für die Arzneintrefeige Ey, da, da liegt Harz Ich war jetzt mir ausgefahren Ich helf dir Geh weiter nach unten Geh weiter nach unten Da kommst du her Genau Da kommst du her Also, naja, okay Ich glaub, dass du das gerade eben gehört hast Liegt an mir und an dir Ich glaub, an deinem leichten Verhörsinn Äh, ich hab irgendwas gefunden Was ist das? Toll Ich hab das nicht gefunden Und Leitnis Aluminium Hast du überhaupt Luft dort unten? Nö Warte, ich hab keine Ich komm kurz zu Jo, ich brauch hier alles zu Nein, das ist ne gute Höhle, lass mal Gerade Jo, stirb, Alter Ich hab zwei Tanks Ich wollt's eh irgendwo anders rein Ja, mal gucken wir das länger durch Jo, so ist es ja, aber auch gegeben Jo Hier, da ist sie gelangt Was das hier Bei uns zum Maus zu lösen So, ja, warte, mal machen wir jetzt alles nach außen oder Ja, doch nach außen kommt Das cooler eigentlich hat man sagen jetzt wollen aber mein hier ist ja nicht mit mittelgroße lager davon brauchen wir nur einige als sex hast du gehört ja mach du was nur ich gerade bin ich sollte irgendwann mal das ist das ist in letzter zeit sage ich immer das mit dem rassist so ein knackst bei mir ich bin heute zu meiner Lehrerin gesagt ja so verwirrt weil irgendwie Niklas muss sein so ja ja das ist denn hierher warum denn er eine Weile Niklas heißt also die übel zählte richtig lustig ja okay man glaubt hat dass die Geschichte erlogen ist ihr fixer fickt euch doch Oha hast du es geklaben also ja ich war ja er hat sogar eine Fernbedienung gemacht der Verbindung Termin Prozent kann man gerade bei der Runde oder das ist es bei ihr damit hätten ja vielleicht aber auch richtig muss Verbindungen setzen ja er hat doch nur einer oder wer auch immer wer ist denn der Verbindungstyp von uns du ich hab keine das ist ja hat es das gegen Verbindung mit anderen Menschen das könnte hinkommen ich glaube wir kommen hier in der Höhle ja Alter wie scheiß lang das dauert äh können wir jetzt ein bisschen steil nach oben bauen ja ich glaube wir sind sehr gerade warte ich hab die perfekte Rolle hier nein ich weiß noch wie das geht hier so ach mein äh hast du Verbindung gesetzt? ja ja ich sehe ich nicht ob ich Verbindung gesetzt habe ja hier unten reicht hier unten ähm da vorne ist alles und war schon perfekt er muss Verbindung setzen nö erst mal erst mal sammeln okay aber Zeug krieg ich mal erst mal den ganz ich kann Kohlenstoff gehen und dazu sofort mitnehmen ne? ne ne ist er kaputt das ist ne Sauerstoffzelle ja ich kann mir eine Packung Verbindung geben hier äh ich stehste ein paar Steine da hat er äh ja ich hab doch auch eine Energiezelle wichtig äh ich stehste steine so wie in die Leit nicht als ich sie wohl für ein und der Oma Wolfram und Aluminium äh ein bisschen zu viel Woll von Wolf aber ich will noch mal ein bisschen Aluminium schon das ist echt kaputt er hat zwei Aluminium ja alles gut ich schon war ich schon auch so ein Ding der Ende seiner mir zuhören und ich selber äh er singt er inzwischen anders als im Video geht so schnell wenn man äh fällt und schriftet alle fliegen äh damals im Video auch schon kann man hier lang ja äh bist du sicher dass man im Video schon sprinden konnte ja ja ne doch doch ich führe mich fühle ich mich irgendwie fühlt sich das schneller an als im Video vor wie nein 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 weil du einfach nach vorne liegen konntest ich war mal ein bisschen höher dann hängst du ja nirgendwo fest ja ja mach du das doch Nazi hab ich doch gerade ja dann Nazi das ist ja mit ihm das ist das Ding ja das gehört sich nicht doch doch das ist gegen die beiden Nazis auch und die mann aber es muss man an meinem Maul halten gut ja 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 nachhalt und war verbreitet man ja nicht mal mit die große Lager sah Sartre komm schon hey Slydomen hey Trident Swagger schauen wir den Spiegel da gut ab wusstest du eigentlich dass es einen englischen Typen gibt der das Feuer schon gemacht hat von dir das abgekupfert ist meinst du mein die Boy nein meinst du mein die Boy ey hier ist eine Höhle einfach als Sex naja wir haben auch gerne er war aber dies noch näher nein hier schöner hier habe ich auch nicht gesagt ich habe gesagt reden über Wolfram ich will mir auch fest als Text anders als im Video zwei Gemeinsch haben wir überhaupt noch irgendwo Gemeinsch warum haben wir auch gar nicht Ressource wenn wir uns die Scheiße wenn ich jetzt mal ein Slurp hab okay wir haben wir kein Internet mehr was doch wir haben kein Strom unser Internet weg nein Strom nein meine ich auch es ist selber Solarmodule Alter guck mal wie wenn einmal die Solarmodule anfangen geht alles auf Hochton plus die Batterien sind wieder voll wenn wir kein Strom haben alles schließt einfach kurz die Kapseln ab ach so weil jetzt arbeitet nur noch eine deswegen geht es gerade weil es erst dann weiß so wir werden die Stromprobleme und schließt jetzt anzuhören ja ne man immer noch plus und er so und die Sonne ist wieder weg na es fehlt noch mal einen großen Drucker danach aber aber jetzt wird erstmal äh einfach damit die Plattform hier vervollständigt aussieht naja stimmt das triggert mich auch die ganze Zeit schon du hast was ich das triggert ist genauso wie ich ihn da triech kostet 4 hier hast du ein Gemisch hast du ein Gemisch ja naja ja wo hier wer äh übrigens wenn du ähm wenn du kein Dings machst ne kannst du hier weiter die Alien-Bades aufbauen ach so Dings ja ok ich weiß schon was du mit Dings meinst Erde also weiß ich nicht ne ja was mit Erde äh dann kannst du jetzt bei der Alien-Bades abbauen ach so cool der E-Frau äh ja ja äh ne ja kein Internet mehr doch irgendwoher ah doch die Sonnen die Sonnassonden sind wieder offen ach so ja stimmt es gibt ja auch ein Mond-Sonnenlicht ne ich glaub nicht glöb ah jetzt ja ne es ist einfach anders weil der Mond sich nicht sollten wir die Dinger bemüglich hier hinstellen äh 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 also glaub ich macht immer noch keinen Unterschied aber echt? warum er was zu macht? ja wohl vorhin sah es echt so aus kurz ja so gemisch hallo hallo ja so gemisch wo ja ja brauch grad was äh drüber so ich hole erstmal jetzt noch brauch noch irgendwas äh brauch noch mehr ne bessere äh quelle für Strom über mehr Solarmodul und so ja ja solarmodul und so oder einfach einen Kohlenstoffgenerator ach guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal äh nevermind alles gut mal mal lass mal kurz auf Generator machen äh echt? ja ja aber also oder normale Generatoren auf jeden Fall irgendetwas Windmodul ha ha da oben animation ich schwör das die Rocko vertrau mir daran garantiert animation das muss wind bedeuten der hat der garzeit einen linken dann linker hat dafür ins Feuer gelegt so ist das oh mein Gottball komm jubiläum du kann betteln oh bella ciao bella ciao ich bin mit dem ich bin mit dem ich habe ich bin ein anderes äh ich bin sehr erfreundlich hatte sich hier also was kann er sich zu machen das Internetprobleme sind mehr drauf er ist auch gesagt ich soll die äh Scheißdrucker machen ich habe auch gut er hat sich gar nicht so abzustellen die Egelehrer was heißt jetzt im Zweiten Harz du kleiner Harzer ich habe nichts gegen Harzer nur als gegen Leute die kostenlos kaufen mein Geld geben weil du steuern Spaß hat nichts gegen Leute die arbeitslos sind aber wenn die extra arbeitslos bleiben dann fickt euch den Arsch sucht euch einen Job ich habe nichts gegen Arbeitslose sofern sie einen Job haben Spaß denn manche Leute können ja nicht mehr arbeiten und so aber wenn wenn die dann so auf der Kopf sind äh oh jetzt geh ich mir erst mal ein Bier so Lennys Vater oder sowas Liedert Liedert und dann die geiern die da einfach rum war am meisten tut mir die Leute leicht die dann äh für weniger Geld arbeiten für 1 2 oder so ja auch wenn das äh wenn man mit Hartz IV 450 oder so bekommt das ist einfach mal das ist nicht immer gleich ne ja ja klar Aluminium und Gemisch Aluminium haben wir an der zwei Gemischjahme perfekt RZ-Trikug ist der Astro haben wir schon 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 längst hä aber ich glaube so hast du dir vorhin die vier Gemisch abgeholt ähm dann erforsche ich mal jetzt die Atmosphärenkondensate und Achso und das Chemielabor die die können wir wie 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 kriegt man Eisen äh gibt's hier glaube ich nicht ja perfekt das wollen wir auf dem Planeten ähm m Raufnahme 46 Minuten ich wusste es ach okay komm her warte komm her jo tschau scheiß tschüss tschüss tschüss